Diktate aus dem deutschen Schrifttum Ernst Wieschert Der Weihnachtsbaum Wenn ich es recht bedenke, begann das Weihnachtsfest für mich im Frühjahr, wenn ich auf meinen Waldwegen nach dem nächsten Weihnachtsbaum Umschau zu halten begann und glaubte ich, ihn dann gefunden zu haben, manchmal früh, manchmal spät im Jahr, so konnte ich ein paar Mal in der Woche vor ihm sitzen, der noch durch nichts über seine Umgebung erhoben war und mir vorstellen, wie ich ihn auf dem Rücken heimtragen und wie das Fest unter seinen Zweigen sein würde. Auch tat es diesem schönen Amt keinen Abbruch, als einmal am heiligen Abend, als ich mit der Axt auf der Schulter ihn holen kam, ein Wildschwein von nicht geringer Majestät sich unter seinen Zweigen erhob und, zornig schnaufend, aus dem gestörten Lager sich davonmachte. Vielmehr habe ich diesen Baum in einer besonders schönen Erinnerung und ich weiß, dass ich mich nicht ohne Scheu umblickte, ob nicht vielleicht das Dach eines Stalles durch den verschneiten Wald zu sehen wäre und das Licht über der Krippe, das allen Tieren des Waldes eine Freistadt verheißen sollte. Untertitelung des ZDF, 2020